Willkommen zu dieser Quantenheilungsmeditation, inspiriert von den Lehren von Dr. Joe Dispenza. Diese Meditation hilft dir, deine natürlichen Selbstheilungskräfte freizusetzen. Such dir einen Ort, wo du ungestört bist. Für diese Meditation kannst du sitzen oder dich hinlegen, gerne auf dem Sofa oder auf dem Bett. Mach es dir bequem, sodass du dich vollkommen entspannen kannst. Und dann schließ deine Augen. Jetzt gib deinem Körper und deinen Gedanken einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Du atmest ganz tief und gleichmäßig. Dann erlaube deinem Körper, sich komplett zu entspannen. All deine Muskeln werden ganz weich. Dein Körper lässt los und sinkt ein wenig in sich zusammen. Spür die Fläche, auf der du liegst oder sitzt unter dir. Dein Körper wird ganz schwer und du sinkst noch ein bisschen tiefer in diese Fläche hinein. Lass dich tragen. Lass dich ganz tief hineinsinken. Jetzt stell dir vor, du schwebst in einem unendlich großen, hellen Raum. Überall um dich herum ist ein angenehmes, warmes Licht. Die Temperatur ist angenehm, nicht zu warm und nicht zu kalt. Es liegt so ein wunderbarer Duft in der Luft. Und du fühlst dich ganz leicht, ganz unbeschwert und geborgen. Du schwebst einfach nur hier, in diesem himmlischen, hellen Raum. Du schwebst in dieser unendlichen Weite. Wie schwerelos. Ganz losgelöst. Ganz entspannt. Hier fühlst du dich ganz unbeschwert und geborgen. Hier bist du in Sicherheit. Hier bist du in Sicherheit. Hier bist du in Sicherheit. Alle Richtungen. Überall um dich herum ist dieses angenehme, warme Licht. Tauch ganz ein in diesen unendlichen, hellen Raum. Jetzt versuch mal ganz bewusst, die unendliche Weite vor dir wahrzunehmen. Spür diese angenehme Ruhe, die der unendliche Raum vor dir ausstrahlt. Du schwebst ganz losgelöst in diesem angenehmen, warmen Licht. Ganz entspannt. Und auch hinter dir kannst du diese unendliche Weite wahrnehmen. Spür diese angenehme Ruhe, die der unendliche Raum hinter dir ausstrahlt. Du atmest immer noch ganz tief und gleichmäßig. Du atmest immer noch ganz tief und gleichmäßig. Und auch links und rechts von dir ist nichts als diese unendliche Weite. Finde deine innere Mitte. Und dann versuch mal, den unendlichen Raum links und rechts von dir zu spüren. Fühle diese unendliche Weite in beide Richtungen. Links und rechts. Du bist ganz gelöst. Du bist ganz entspannt. Du bist ganz entspannt. Ein Teil. Ein Teil von diesem großen Ganzen. Lass dich tragen. Lass dich ganz hineinsinken in diese unendliche Weite. Werde eins mit diesem hellen, warmen Licht. Du bist ganz entspannt. Du bist ganz entspannt. Du bist ganz entspannt. ganz entspannt. In diese Ruhe. Du bist ganz entspannt. Du bist ganz entspannt. ganz entspannt. ganz entspannt. jenseits von Raum und Zeit. Hier verschmelzen Realität und Wunschgedanke. Hier existieren alle Möglichkeiten parallel. Dann leg jetzt all Deine Aufmerksamkeit auf Dein Herz. Spür Dein Herz ganz intensiv in Deinem Brustkorb. Und jetzt atme mal bewusst hinein in Dein Herzzentrum. Langsam ein und wieder aus. Finde Deinen eigenen Rhythmus. Und jetzt denk an die Menschen, die Dir wirklich etwas bedeuten. Und spür Deine Liebe in Deinem Herzzentrum. Denk an die Menschen, die Dein Mitgefühl brauchen. Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Und spür dieses tiefe Mitgefühl in Deinem Herzzentrum. Und dann denk an alles, wofür Du unendlich dankbar bist. Dinge und Menschen, die Du wirklich zu schätzen weißt. Und spür diese tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit in Deinem Herzen. Dein Herz ist voll mit diesen wundervollen Gefühlen. Spür diese enorme Energie in Deinem Herzen. Spür diese enorme Energie in Dir. Es ist wie ein Prickeln, wie eine Welle, die durch Deinen Körper fährt. Es ist wie ein Prickeln, wie eine Welle, die durch Deinen Körper fährt. Die Selbstheilungsenergie. Dein Körper kann diese Gefühle, diese Energie nutzen, um sich selbst zu heilen. Jetzt stell Dir diese Selbstheilungsenergie vor. Wie ein warmes, goldenes Licht. Wie eine Kugel oder eine Wolke, die Dein Herzzentrum einhüllt. Sie ist wohltuend wie warmer Honig. Spür diese Energie in Deinem Herzen. Du atmest weiter in Dein Herzzentrum hinein. Mit jedem Atemzug wird dieses heilende, warme Licht heller und stärker. Du kannst die wundervolle Wärme spüren. Du kannst die Heilungsenergie spüren. Du kannst die Heilungsenergie spüren. Stell Dir vor, wie dieses warme, angenehme Licht Dein Herz einhüllt. Es ist ein Licht voller Heilungskräfte. Voller Zuneigung, voller Hoffnung und Lebenskraft. Welche Bereiche Deines Körpers müssen geheilt werden? Welche Teile Deines Körpers sind entzündet oder schmerzen? Um welche Bereiche Deines Körpers musst Du Dich kümmern? Finde eine Stelle, einen Bereich in Deinem Körper, der Heilung braucht. Und dann sende Deine Selbstheilungsenergie dorthin. Lass diese Kugel aus warmem, heilendem Licht zu diesem Körperteil wandern, das geheilt werden muss. Du spürst die angenehme Wärme und die Energie, die das goldene Licht ausstrahlt. Sende Deine Selbstheilungsenergie zu dem Körperteil, das geheilt werden muss. Vielleicht kannst Du an dem Körperteil ein leichtes Kribbeln wahrnehmen. Und dann atme weiter hinein in diese Kugel aus Selbstheilungsenergie und lass sie auf Deinen Körper wirken. Der Heilungsprozess wird angestoßen. Alle Zellen und Nervenenden in diesem Bereich wachen auf. Sie werden aktiviert. Die Selbstheilungsenergie tut ihre Wirkung. Alle Zellen dort beginnen sich ganz langsam zu regenerieren. Die Schmerzen und Entzündungen schmelzen langsam weg. Sie schmelzen weg wie Schnee in der Frühlingssonne. Alle alten Blockaden und all das Leiden schmelzen einfach weg. Sie lösen sich auf. Vor Deinem geistigen Auge stell Dir vor, wie sich dieser Teil Deines Körpers regeneriert. Stell Dir vor, wie die Zellen sich regenerieren, wie sie stärker werden. Alle Zellen saugen diese warme, angenehme Energie in sich auf. Dein Körper weiß genau, was er zu tun hat. Er beginnt sich selbst zu regenerieren, sich selbst zu reparieren. Jede einzelne Zelle wird gesünder und stärker. Atme hinein in dieses Licht und lass all Deine Heilungsenergie dorthin fließen. Deine Heilungsenergie dorthin fließen. Deine Heilungsenergie dorthin fließen. Du hast so viel durchgemacht. Du hast so viel gekämpft. Du hast so viel gekämpft. Du hast so viel gesund, gesund zu sein und Dein Leben zu genießen. Dein Körper weiß genau, was er zu tun hat. Jetzt atme mal tief ein und halte die Luft kurz an und dann atme mit einem lauten Seufzer wieder aus. Spür, wie Dein Körper sich entspannt. Lass Dich langsam immer tiefer hineinsinken in diese Entspannung. Hör einfach nur die Musik. Lass Dich tragen von der Musik. Es ist fast, als ob Du schwebst. Ganz leicht, ganz relaxed. Du bist einfach nur hier. Ganz klar, ganz entspannt. Spür diesen Moment ganz bewusst. Ganz leicht, ganz entspannt. Ganz mühelos, ganz entspannt. Dein Körper entspannt sich. Aber Du erlebst diesen Moment ganz bewusst. Dein Körper entspannt sich. Ganz entspannt sich. Ganz entspannt sich. Und du musst das mal sehen. ganz wach, ganz klar. Du atmest ganz ruhig und gleichmäßig. Hier gehst du ganz auf. Hier bist du reines Bewusstsein, vollkommen zeitlos, grenzenlos in den höheren Sphären. Hier bist du reines Bewusstsein. Hier existieren alle Möglichkeiten parallel, alle Versionen von dir, die du sein könntest. Hier in den unendlichen Sphären und Dimensionen. Hier ist alles möglich. Hier ist alles real. Du bist ganz entspannt. Und ganz klar. Bleib einfach eine Weile hier und spür diesen Moment. Lass dich treiben. Das ist der gegenwärtige Moment. Das ist das Unbekannte. Losgelöst von allem, was du kennst. Losgelöst von allem, was du weißt. Das hier ist das große Unbekannte. Das Feld der unendlichen Möglichkeiten. Du bist ganz entspannt und ganz klar. Du bist ganz entspannt und ganz entspannt. Du bist ganz entspannt und ganz entspannt. Lass dich treiben. Lass dich ganz hineinsinken in diese Sphären. Jenseits von Zeit und Raum. Losgelöst von allem, was du weißt. 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 Du bist ganz entspannt, ganz klar. Sei dankbar für dieses neue Leben, das auf dich wartet. Stell dir dein neues Leben vor. Wie sieht dein Leben aus, wenn du vollkommen gesund bist? Lass dich ganz hinein sinken in dieses Gefühl. Was wirst du machen, wenn du gesund bist? Leere deinen Körper, wie es sich anfühlt, vollkommen geheilt zu sein. Wie fühlt sich deine Zukunft, dieses neue Leben an? Dieses Gefühl ist der Schlüssel. Saug dieses Gefühl in dich auf und bewahr es dir. Alles ist möglich. Lass deinen Körper spüren, wie es sich anfühlt, vollkommen gesund zu sein. Lass deine Leben an? Lass mich auf ihn zurückez�. Lass mich auf dich gl an – geh�� fragen, ich will auf dich gl an! Dann atme jetzt mal tief durch. Dein Körper hat die Heilungsenergie jetzt vollkommen absorbiert. Aber du kannst diesen Heilungsprozess jederzeit wiederholen, für alle körperlichen Beschwerden, die du hast. Nimm dir Zeit, wirklich zur Ruhe zu kommen. Weil so kannst du deine Selbstheilungskräfte anregen. Für Linderung, für Regeneration und für Heilung. Diese Heilungsenergie steckt in dir. Du musst nur in diese tiefe Entspannung hineinfinden und sie aktivieren. Dann komm jetzt langsam wieder hierher zurück, wo du sitzt. Streck dich ein bisschen. Und dann öffne langsam deine Augen. Alles Gute für dich. Streck dich ein bisschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020